herzlich willkommen zurück zu einem weiteren video hier heute auf unserem kanal sofort und gleich wir gehen in einen shop vom 24 10 2020 und wir haben heute im einen shop ein neues item und zwar einen neuen emote lightning lights wie hört sich das an ich habe keine nordspeicher gar nichts könnte es laut werden oder ohne ein so wie kann blinding dass das mal so wartet mal blinding lights gucken ob auch direkt auf copyright wird überprüfen würde natürlich wird es ein copyright claim geben spätestens jetzt ist der copyright das ist das ja 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 schon wieder so alle zwei tage haben wir einen copyright claim schrecklich momentan blinding lights was wird zu gehen mehr hin haben wir noch unseren kanal ja das wird es ihm geben ja 3 ich bin jetzt nicht sogar 5 gegeben nein habe ich nicht noch denn egal dann hg bald haben keine bewertung jetzt gehen wir halt nur die pfeife auf das ist so ich drehe durch so hey wenn es euch gefallen hat dann tschüss